so leute heute mal wieder ein neues video und zwar heute mehr so um im commentary style sagen wir einfach mal so und zwar im hintergrund habe ich ein bisschen was aufgenommen als ich gestern am spielen war also wundert euch jetzt auch nicht also nicht die besten kills also ich finde es nicht auch der beste spieler auch generell aber habe ein bisschen versucht mit der awp ein bisschen was zu spielen paar geile kills zu machen und ja das kam im endeffekt dabei raus also nicht wundern ich habe da auch die nacht durchgemacht mit unserem berry also ich war ein bisschen neben der spur sagen wir mal so und es sind auch jetzt nicht die besten skills dabei also ich fange mal direkt an und zwar ja also das wird jetzt nicht oft so ein commentary mäßig was kommt sondern jetzt nur so bei mir ja spontan so ich hatte einfach lust drauf sagen wir mal so und das heutige thema ist gesang also wie viele von euch wissen und vielleicht aus dem letzten video oder eines der letzten videos von uns gesehen habt ich bin ein relativ guter sänger und zwar könnt ihr es auch euch mal anhören unter dem tier also das video heißt ich glaube oft auf dem auf der suche nach dem mann nach dem lied oder sowas könnte ich mal angucken durch mein link in die beschreibung und ansonsten kurz hier ein kleiner ausschnitt so unternehmen und johann meine rennen wenn jemand der mir und johann meine rennen wollen auf jeden fall finde ich eigentlich dass ich relativ gut zum gehören habe also diese schlecht fand ich das gar nicht und letztens war ich so mit ein paar aus unserem klaren spielen und dann war noch ein kollege von einem member und der auf ihm auf einmal fing er an zu sehen also bei ihm klang es halt ungefähr so from the rooftops right it on the sky all we had is gone now tell them I was have ist ist ganz ok also vielleicht ja nicht nicht wirklich so vergleichbar mit meinem also ich fand meins dann schon relativ besser also da habe ich noch ein paar kleinen tipps mitgegeben so wie er die höhen und die tiefen aussprechen also aussehen soll habe ich auf jeden fall ein paar kleine gute tipps auf mit also mit auf den weg gegeben und ja dann fand ich es auf jeden fall gut dass wir uns dann so gegenseitig geholfen haben beziehungsweise ich ihm tipps gegeben habe dass er sich verbessern kann ansonsten fand ich es eigentlich naja recht mittelmäßig sagen wir mal so nicht spaß spaß beiseite also unser freund beziehungsweise der coco den ich kennengelernt habe so kurz an einem tag so von und von einem member von einem freund von mir kann relativ ich kann also ich finde das dass er übel gut sehen kann falls ihr derselben meinung seid dann gebt mal einen daumen hoch auf diesem video und vielleicht wird er da mal für uns was sehen beziehungsweise wir lassen ihn da mal was vorsingen denke ich mal also lasst auf jeden fall einen daumen hoch da wenn ihr mehr von ihm hören wollt wenn ihr es gut findet was er gemacht ja bis zum nächsten mal alle Was? Ich hab's jetzt mal gestorben. Ich hab's jetzt vielleicht ein bisschen äußeren gemacht. Ich hab's jetzt mal gestorben. Ich hab's jetzt mal gestorben.